Gegenteil von diesem. Ich möchte mal gerne ein Buch schreiben, die Propheten der Endzeit und die dann mal vergleichen. Und dann wollen wir mal sehen, wie die eine, die dagegen schreibt, verachtet wird in der Welt, verpönt wird, verhöhnt wird, abgemacht wird als eine Epileptikerin und was weiß ich alles. Und die, das ist die Philosophie der UNO. Naja, sehr interessant, wo wir hingehen. Probleme der Menschheit, die Wiedererscheinung des Christus mit Freimaurerzeichen drauf. Und Alice A. Bailey schreibt, ich vergesse alles, was hinter mir ist. Ich widme mich ganz und gar diesem kommenden Einen. Sie hat ja definiert, wer das ist, das ist Luzifer. Und ich habe nur ein Lebensziel, um das ist, des Menschen Verstand und Herz vorzubereiten für dieses Ereignis. Die andere Prophetin, die das auch Aussagen hatte über den Christus, sagt, Jesus Christus kommt wieder. Aber das ist der kommende eine. Dann schreibt sie, der Christus wirkt in jedem Menschen unabhängig von welcher Religion er zu welcher Religion gehört. Wir brauchen keine Christen sein. Wir brauchen auch keine Buddhisten oder Hamuhamadana sein, um diesen Christus anzunehmen. Wir brauchen nur Liebe, Liebe dem Nächsten gegenüber und damit basta. Also es geht nicht um Wahrheit, es geht um Zitate. Alice A. Bailey, Reappearance of the Christ. Er wird kommen in einer Welt, die essentially one world, also sozusagen eine Welt, braucht nur nicht vollkommen sein. Das ist interessant. Die Welt braucht nur nicht ganz vollkommen zusammen sein, dann wird er kommen, schreibt sie. Jetzt müsst ihr auch nicht vergessen, dass das die Philosophie der UNO ist, nach Robert Mueller. Und sehr interessant ist auch, dass dieser Geist, dieser Christus wird herbeibringen, einen Geist der Inklusivität. Inklusiv. Und es wird durch ihn kanalisiert werden. Und alle werden automatisch zu ihm hingezogen werden. Und sie brauchen nicht zu einer der großen Religionen gehören, für dies umzuparzieren. Also dieser Geist wird alle an sich ziehen und es ist ein Geist der Inklusivität. Aber diejenigen, die einen Geist der Exklusivität und Absonderung haben, werden automatisch dargestellt werden, für was sie sind. Wow, was heißt denn das? Was sagt die Bibel? Kommt und werdet inklusiv. Sagt die Bibel das? Oder sagt die Bibel, kommt heraus und sondert euch ab. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, kommt heraus und sondert euch ab. Dieser Geist sagt nein. Da brauchst du keiner bestimmten Religion gehören, solange du inklusiv bist, solange du mit reinkommst. Wenn du nicht reinkommst, dann wirst du automatisch da stehen, wie ein verletzter Daumen. Jeder wird dich sehen. Also er wird kommen, er wird unfehlbar kommen, wenn Friede sozusagen hergestellt ist oder ein Maß des Friedens gegenwärtig ist. Und was ist die Vorbereitung, die wir brauchen für diesen kommenden Christus? Wir brauchen eine deutliche Linie zwischen Nation und Nation. Also Nationen müssen zusammenkommen. Das haben die ja auch alle gesagt. Religion und Religion. Religionen müssen zusammenkommen. Gruppen und Gruppen, Männer und Männer. Alle in einen Topf hinein. Also Dogma und Lehre können vielleicht unterschiedlich sein, sagt sie in den verschiedenen Religionen, aber das hat nichts damit zu tun. Menschliche Verhältnisse sind die, die was zu sagen haben. Wir sind alle gleich und wir können vieles voneinander lernen. Und wir müssen immer dieses Weltgutenwillen, diesen Weltgutenwillen müssen wir verbreiten und richtliche menschliche Beziehungen nachschreiben. Und dieser Christus wird einen menschlichen Brüderschaft der Menschen herbeifügen, so ein Bund. Und das ist der Ausdruck Gottes Liebe. Gut. Also die Menschen sollen inklusiv werden. Religion und Religion muss sich finden. Nation und Nation muss sich finden. Und wer da nicht mitmacht, der wird als Außensteher dastehen. Und die UNO soll der Tag werden, der den Odem der Unsterblichkeit in das menschliche Wesen hineinbläst. Dieser Mann hier ist das ist der Angestellte Geistliche der UNO. Und er ist ein großer Bodybuilder, wie wir hier auch sehen. Und er sagt, die UNO führt uns zu dieser obersten Einsheit, Supreme Oneness. Dieses Oneness ist ein Ausdruck für luziferische Einheit. Die ultimate source, der ursprüngliche Boden. Der Dalai Lama sagt genau das gleiche. Wir müssen zusammenkommen, damit wir eine große menschliche Familie formen. Gut, so das so ein bisschen die Philosophie hinter der UNO. Ihr seht das Logo der UNO. Und das Logo von den Hittiten hat sehr viel im Gemein. Und der Kranz natürlich war immer der Kranz der Göttin. Sieht man auch auf allen Münzen. Alle zusammen, wir sind eine Welt. Was ist dann die Agenda der UNO? Wir müssen den Menschen und die Natur, müssen wir einigen, warum jetzt auch so viel über Natur? Das ist Pantheismus. Wir müssen den Unterschied zwischen Männern und Frauen, der muss verschwinden, Androgynie. Wir müssen einen Weltfrieden ohne Kernwaffen haben, eine Weltregierung, eine Weltreligion. Und die Organisationen, die da mithelfen, sind natürlich die Council of Foreign Relationship, die UNO natürlich selbstverständlich, die Trilateral Commission, die Bilderberger, die Gorbatschow Foundation und die Club of Rome. Und es gibt schon offiziell eine Constitution for World Government, eine Verfassung für Weltregierung. Jetzt muss der Mensch umgelehrt werden. Also Education, Erziehung. Juthant, das ist der vorige Sekretärgeneral, sagt, die Welt wird sich nicht verändern, wenn es nicht eine neue Erziehung gibt. Kinder müssen also neu gelehrt werden. Das ist sehr interessant. Der vorige Direktor der World Health Organisation, Dr. Brock Chisholm schreibt, um eine Weltregierung zu haben, ist es notwendig, um von den Köpfen der Menschen, vom Verstand der Menschen, den Individualismus zu entfernen. Habt ihr das mitgekriegt? Der Individualismus muss entfernt werden. Die Loyalty, was ist das in Deutsch? Treue. Die Treue der Familientradition gegenüber, der nationalistische Patriotismus und der Reliktionsdogma muss aufgegeben werden. Wow! Ich darf kein Individualist mehr sein? Meine Familie ist auch nicht mehr so wichtig? Wo haben Sie denn das geübt? Haben Sie das nicht geübt in den kommunistischen Ländern, dass sogar die eigene Familie die eigene Familie verraten hat, wenn der Staat das nötig hatte? Ja oder nein? Ja, das haben Sie gemacht. Und der Individualismus, hatte man als Person etwas zu sagen? Ja oder nein? Nein. Wehe dem, man hat was gesagt. In Christus, wie sieht es denn da aus? Wir sind alle gruppenverantwortlich für unsere Erlösung, ne? Nein, das ist katholische Lehre. Bei der katholischen Lehre, wenn ich nicht gut genug war, dann darf ich mir etwas leihen von der Güte der Heiligen. Ich darf mir da was rausschöpfen und einen Löffel davon trinken, dann bin ich auch gut genug. Das ist inklusives Denken. Aber die Bibel lehrt exklusives Denken. Ich stehe vor dem Richterstuhl. Nicht, was ich gesagt habe oder was ein anderer gesagt hat, ist maßgebend, sondern wenn ich vor Gott stehe, ist es nur das Ich. Und jeder von uns ist unterschiedlich. So wie Gott uns von außen geschaffen hat, so hat er uns von innen geschaffen. Und schaut, wollen die zwei, die absolut identisch sind, bitte aufstehen. Nicht erst Zwillinge können das machen, denn sie sind im Wesen anders. Also dieser Prophet der Hoffnung, dieser Top-Level Global Statesperson, dieser Vorsitzende der Friedenspartei 2000, dieser Chancellor der Universität des Friedens, mit seinem World Core Curriculum wird er genannt, der Vater der globalen Education, Erziehung. Und er hat auch ein Framework for World Media Coverage. Das heißt, was ihr auf dem Fernsehen seht, ist alles durch diese Systeme schön überarbeitet, damit ihr nur seht, was ihr sehen sollt. Und dann gibt es auch ein Framework for Planetary and Cosmic Consciousness, also einen geistlichen Rahmen und dann auch einen Rahmen für Kunst und Kultur. Müller ist die Autorität für dieses Curriculum und er sagt, wir müssen unsere Kinder steuern zu einem globalen Citizenship, Staatsbürgerschaft. Irdisch zentrierten Glauben, nicht gotteszentrierten Glauben, sozialistische Values, Werte, ja, und ein kollektives Mindset. Wir dürfen also, wir gehen zurück zum Nazismus und zum Kommunismus, damit, dahin müssen wir hin. Und das muss passieren vom 21. Jahrhundert. Das ist ja schrecklich. Wie geht es denn weiter mit diesem World Core Curriculum? Bis zum Jahr 2000, sagt Robert Mellor, es sind alles so eine Zitate, er ist ja der Führer, er ist verantwortlich dafür in der ganzen Welt. Bis zum Jahr 2000 wird es eine Down-to-Earth-Realität sein in allen Schulen der Welt. Habt ihr das mitgekriegt? Allen Schulen der Welt. Also die Philosophie in unseren Schulen ist diese Philosophie. Und die wird auch nach Gesetz ausgeübt werden. Ich habe ja als Professor an der Universität von unserer Regierung die Richtlinien bekommen für die geistlichen Unterricht an unserer Universität und allen Instituten im ganzen Land. Und da stehen einem die Haare zu Berge, dass wenn man je nur Jesus Christus nennt, kann man ins Gefängnis kommen. Das ist ja schlimm, was die da sich ausgedacht haben. Und die Philosophie für diese Schule ist Alice A. Bailey, eine luziferische Frau, die den Satan anbetet. Hier ist der World Core Curriculum, unser Planet, unser Platz in der Zeit, das ist Evolutionslehre. Die Familie der Humanität, das ist der Humanismus. Und das individuelle Leben ist nur da, als Zelle, um dem Organismus, dem Staat zu dienen. Naja, kann man ja selber nachlesen, was die da lehren bei unall.org. Und komm, wir schauen mal, was die Philosophie so ist. Hier sind die affiliierten Organisationen, voll okkult natürlich. Da wird der Schamanismus gelehrt, astrophysisches Schamanismus, eine Präexistenz, Drumming, Ceremonial Sharing, Soul Retrieving, wir können mit den Geistern reden. Und so weiter. Und jeder von uns kann in die Vergangenheit. Okkultismus wird hier gelehrt. Und die UNO hat so einen weltekonomischen Plan, einen Welternährungsplan, Gesundheitsplan, literären Plan, Employment Plan, Arbeitsplan und einen industriellen Plan. Gut, jetzt gibt es eine Suborganisation in der UNO, die heißt UNESCO. Wir wollen mal fragen, wie ist die denn entstanden? Julian Huxley, der war der Direktor von UNESCO, er war Humanist des Jahres. Und er hat gehört zur Fabianischen Organisation. Und er hat das Humanistische Manifesto 2 unterschrieben. Das sind also die Führer in diesen Organisationen. Wer hat die Verfassung geschrieben? Das war Archibald MacLeish, hat die UNESCO-Verfassung geschrieben und er war Mitglied von der satanischen Organisation Skalamban. Haben wir schon drüber gereden. Und er war auch für eine Weltregierung. Dann, was hat er noch unterschrieben? Jetzt müssen wir schön aufpassen. Nibur, UNESCO-Mitgründer, hat auch dieses Dokument Sierkos unterschrieben. Und zwar hat er das unterschrieben am Oktober 16.1969. Und es ist erschienen in der New York Times. Jetzt, was wird denn da gelehrt in diesem Ding, was er da unterschrieben hat und was die UNESCO jetzt verbreitet? Es ist die Position von Sierkos, dass Verhütungsmittel an allen verteilt werden müssen, auch meines. Das heißt, Unmündige, kleine Kinder. Kleine Kinder müssen Verhütungsmittel bekommen, wenn sie es haben wollen. Contraceptive Care. Sierkos sagt auch, dass explizites Sexualmaterial verbreitet werden darf. Manchmal wird es Pornografie genannt, naja. Aber es kann zum Guten dienen und es darf auch nicht den Kindern ferngehalten werden. Also jetzt kann ich verstehen, warum bei uns im Land zum Beispiel einer, der bei den kleinen Kindern in den Grundschulen vorführt, allerhand Dreck, über den ich hier nicht reden will, wie um AIDS zu verhüten, aber so expliziv, so schmutzig, so dreckig, mit solchen Schimpfworten, die man über den Mund nicht nehmen darf, damit die Menschen auf ihrer Ebene erreicht werden, solche Schmutzworte, solche Schmutzvorführungen bei kleinen Kindern, werden sie verehrt mit Ehrendoktorsgrads von diesen Organisationen. Jetzt, wenn wir verstehen, dass der Satanismus und der luziferische Glauben ein Sexkultus auch ist, dann können wir ja verstehen, warum die Welt so verschmutzt ist. Und woran werden unsere Kinder ausgestellt? Und was sieht man auf dem Fernsehen? Irgendetwas. Schalt's an, da ist alles drauf, vom Schlimmsten bis zum Schlimmsten. Früher war das ja nicht erlaubt. Warum ist es jetzt nicht nur erlaubt, sondern sogar in Primetime, gegenwärtig, in fast jedem Land der Welt, da stecken dahinter die, die die Medien organisieren. Und das sind die lieben UNESCO-Leute und all ihre sogenannten Mitarbeiter. Ja, sie wollen natürlich auch politische Einheit. Und über UNESCO brauchen wir dann nicht mehr viel reden. Aber es soll auch kommen zu einer Weltbürgerschaft. Gut, hier ist der Report von der Eröffnung des fünften Volumes. Im Klassenzimmer sollen diejenigen unter 13, bevor das Kind in die Schule geht, müssen wir wissen, dass sein Verstand schon programmiert ist injurously. Das heißt, das Kind, wenn es in die Schule kommt, ist schon beschädigt. Ja, durch wen denn? Das Kind, wenn es in die Schule kommt, ist beschädigt. Durch wen? Durch die Eltern. Denn die haben ihm ja in dem Kopf gesagt, sitzt vielleicht, es gibt einen Herr Jesus oder eine Norm über wie man sich verhält und Religion und so weiter. Also das Kind ist also schon beschädigt während diesem frühen Einflusses und was es zu Hause bekommt. Also das ist jetzt das Manifest, das rausgeschickt wurde an alle Lehrer. Das Kind ist schon beschädigt, wenn es in die Schule kommt. Wir müssen, Seite 8 dieses Manifest an die Lehrer sagt, wir müssen diese Fehler von Home Training müssen wir aus dem Kind entfernen, damit es Mitglied einer Weltorganisation wird. Aha, ganz interessant. Auf Seite 58 in diesem Guidebook für Lehrer sagt es, we have to combat family attitudes. Also das, was in den Familien gelehrt wird, muss abgebaut werden, damit wir eine neue Nation haben. Denn die Kinder sind infektiert mit Nationalismus, der muss raus, darf kein Nationalismus mehr sein. Und dann haben sie bestimmte Beispiele hier in Volume 5, Seite 11, von wie das gemacht werden muss. Also wir müssen die Geschichte ändern, wir müssen die Geografie ändern. Und es ist besser, wenn wir das tun, wenn die Kinder von ihren nationalen Voraussetzungen sich geändert haben. Was sie jetzt versuchen, ist, dass sie jetzt sagen, Kinder müssen weit von jetzt ab bitte früher zur Schule. Warum? Damit das Familienbild nicht die Präge macht, sondern die Schule. In England haben sie jetzt das Gesetz eingeführt, Kinder müssen jetzt mit Alter 3 in die Schule. Pflicht! Drei Jahre vor Schule. Und naja, dann hat man nichts mehr, wenn die Kinder da rauskommen, denn diese Philosophie soll da geprägt werden. Dann gibt es auch eine Organisation, die soll ökologische Gesundheit herbeibringen. Und die Organisation, die da am meisten wirkt, ist die Finnhorn-Organisation, auch affiliert. Wollen wir mal gleich zeigen. Erstmal was Interessantes. St. Francis, der katholische Heilige, der war natürlich Jesuit, das war der Zimmerkamerad von Ignatius Laiola, waren Jesuiten zusammen, wurde durch Papst Johannes Paulus ernannt als der Geistliche, der Heilige für die Ökologie. Also Papst Johannes Paulus sagt, St. Francis ist der Heilige der Ökologie. Diese Kathedrale, St. John's the Divine Cathedral, die hat einen Tag, Blessing of the Beast, und die haben St. Francis' Day gewählt für dieses Ereignis. Und dann Robert Miller von der UNO informiert uns, dass Francis auch von der UNO der Heilige ist für die Ökologie. Er ist der Patron Saint of the United Nations. Er ist der Heilige für die UNO. Also da liegt er, das ist der UNO-Heilige. Und wenn ihr etwas mit ihm zu tun haben wollt, diesem jesuitischen Massenmörder, dann könnt ihr das ja tun. Ich nicht. Gut, jetzt mal die Zusammenhänge. Erstmal, 1973, UTANT, formt eine Organisation für Planetary Citizenship. Also Bürgerschaft des Planeten. Und da ist ein New Age Aktivist dabei, den er mit einführt, Donald Keyes. Und die schreiben das Manifest für Planetary Citizenship. Und Donald Keyes, der ist mit Finn Horn zusammen. Und er schreibt, die New Age Gruppen, wir gehen in ein neues Stadium hinein, wo die Natur Schulter an Schulter mit der Humanität arbeitet. Also das soll ein neues Manifest werden. Und Finn Horn ist die Organisation, die das in die Welt reintragen muss. Da ist das Logo von Finn Horn. Es ist die luziferische Flamme, die Bücher, die sie rausgeben. Das lebendige Wort ist die Lotusblume. Wir sind divinely human. Wir sind Götter. Gott sprach zu mir. Und der Fürsprecher für Finn Horn ist diese Persönlichkeit hier. Viele Bücher schon geschrieben. Parent as Mystic, Mystic as Parent. Also Eltern as Mystica und mystische Eltern. Die UNO will die mystische Mutter sein für uns alle. Also David Spengler, was glaubst du denn eigentlich? David Spengler schreibt in The Reflections of the Christ, Das wahre Licht Lucifers können wir nicht sehen durch Kummer und Dunkelheit oder durch Ablehnung. Das große Licht, das wahre Licht dieses großen Wesens können wir mit unseren eigenen Augen nur sehen im Lichte des Christus, der inneren Sonne. Lucifer arbeitet in jedem von uns, um uns zur Ganzheit zu bringen. Und wir müssen alle diese sogenannte luziferische Initiation durchmachen. Also kein Zweifel, was die glauben, die hier mit der UNO zusammenarbeiten. Lucifer, schreibt David Spengler, bereitet den Weg vor für die Menschen, um die Christ-Hood, diesen Christus anzunehmen. Und diese Gegenwart von Christus. Denn Christus kommt von Lucifer. Also kein Zweifel, wir brauchen gar nicht weiter lesen, diesen Myst, den sie da schreiben. Er sagt auch, David Spengler, was denkt er von der Bibel, diese UNO-Leute, was denken die davon? Wir können alle Schriften, die Scriptures, die Bibel, können wir nehmen und alle lehren. Und all die Tablets, das sind die Steintafeln, das ist das Gesetz und all das Gesetz. Und dann können wir ein paar Marshmallows dazu machen und können wir ein schönes Feuer machen und das alles zusammen verbrennen. Das ist den einzigsten Wert, den sie haben. Okay, das ist die Philosophie der UNO. Meine Güte, wo gehen wir da hin? Es kommt auch eine neue ökonomische Weltordnung. Naja, darauf arbeiten sie ja ganz schlimm hin. Ich gehe das nicht alles vorlesen hier. Ich lasse es nur da. Ihr könnt es ja selber lesen, wie sie eine ökonomische Weltordnung herbeibringen wollen. Eine internationale ökonomische Weltordnung. Aber heute Nachmittag geht es bei mir um etwas anderes. Es geht um Religion. Sie wollen auch die Welternährung ordnen. Und Benjamin Cream schreibt, dass industrielle, Ökonomisten und so weiter, alle haben sich schon einen Blaudruck, von wie das vor sich gehen muss. Und sogar der Maitreya, dieser sogenannte Christus, hat schon gesagt, dass die UNO die wichtigste Rolle in diesem Ereignis spielen wird. Offenbarung 17 sagt, die zehn Hörner, die du saßt, sind zehn Könige, die noch nicht ein Königreich empfangen haben. Aber für eine Stunde werden sie ihre Macht dem Tiere geben. Gary H. Carr zeigt, wie die Welt früher durch den Club of Rome aufgeteilt wurde durch zehn. In zehn, das ist schon ein bisschen geändert seitdem. Und wer die regierenden Mächte sind. Wir, Gorbatschow Foundation sagt, wir erleben die Geburt einer neuen globalen Zivilisation. Jetzt gibt es noch etwas Interessantes. Es wird eine neue Organisation gegründet. Erstmal hier die Logos von der CIA, NATO, MI5, da ist das alles sehende Auge, CFR, der Reiter auf dem weißen Pferd. Das ist alles okkult. Jedes von diesen Symbolen ist okkult. Trilateral Commission hat 666, Selective Service System, SSS, der sechste Buchstabe im Griechischen ist 666, FFF, der sechste Buchstabe in unserem, und so weiter. Jetzt, wie steht es um diese neue Weltreligion? Gut, wir zitieren die UNO selbst. Robert Mueller, war es nicht unvermeidlich, dass die UNO auch irgendwann eine geistliche Dimension bekommt? Er sagt, da ist ein berühmtes Poster von Christus, der an dem UNO-Gebäude klopft. Da sagt er das. Hier, Robert Mueller, most of all they taught me happiness, schreibt er. Und er möchte gerne hineinkommen. Ich stelle mir oft vor, eine mehr genaue Aufzeichnung, eine UNO, die der Leib Christi wird. Aber jetzt wissen wir ja, welcher Christus das ist. Das haben wir jetzt gerade festgestellt. Dieser Christus ist nicht Jesus Christus, dieser Christus ist Luzifer. Papst Johannes Paulus hat gesagt, wir sind die Stonecutters und Artisans, die Bauherren. Das ist Freimauerei-Sprache. Und dieses Tapestry wird einen ganz neuen Zustand in der Menschheit herbeibringen. Und das wird passieren, hier in the last third of our century, also vor dem Jahr 2000. Robert Mueller schrieb das in 85. Und es wird eine Realität werden. Und at his choice hour, wenn er es wählt, dieser Christus, dieser absolute Supreme, wird die Siegesglocke klingeln, hier auf Erden. Robert Mueller schreibt, wir müssen uns öffnen für das wahre göttliche innere Ich. Und dieser Christus wird dafür sorgen, dass der Planet eine Humanität wird. Die weltgroßen Religionen haben alles ein Ziel. Die haben ein Ziel. Und wir brauchen eine weltweite geistliche Ekumene, eine religiöse Zusammenarbeit mit Instituten. Und das wäre für den Christus am nächsten am Herz. Und Frieden wird unmöglich sein, wenn wir nicht den Fundamentalismus beherrschen. Habt ihr nicht viel von Fundamentalismus gehört in letzter Zeit? Aha, sind also diejenigen... Was ist ein Fundamentalist? Naja, die Zeitung wird euch sagen, ist einer, der sich voll Sprengstoff stoppt und sich in die Luft bläst und alle ringsrum auch. Aber das ist nicht ein Fundamentalist. Was sagt das Wörterbuch? Was ist ein Fundamentalist? Ein Fundamentalist ist einer, der festhält und der glaubt, was in der Bibel steht. Das ist ein Fundamentalist. Diese neue Weltreligion muss gegründet sein auf die Dinge, die den Test überstanden haben über Zeit. Also richtige menschliche Beziehungen. Nicht Wahrheit, menschliche Beziehungen. Mein großer persönlicher Traum ist eine Allianz zwischen all den großen Religionen und der UNO. Robert Mueller, der ist der Verantwortliche. Alessai Bailey, die Okkultistin, schreibt genau das Gleiche. Wir müssen dieses große Übel der Absonderung, Separateness, muss weg. Meine Bibel sagt, sondert euch ab. Die sagen, das ist ein großes Übel. A uniting the world's religion and a global organization. Das ist, was passieren muss. Das ist das Charter von Interfaith Summons Conference, das 1995 in San Francisco gehalten wurde. Und diese Organisation sagt, im Jahre 2005 muss das eine weltweite Wahrheit sein. Alle Religionen zusammen, vorm Jahre 2005. Ist es nicht interessant, dass der Papst jetzt gerade, jetzt, in diesem Monat, angekündigt hat, dass jetzt ist die Zeit, wo alle Religionen zusammenkommen müssen, die christlichen Religionen müssen sich jetzt vereinigen. Hat er gesagt. So, die UN und die UR, United Religions, zusammengesetzte Religionen, die arbeiten stärkt zusammen. Und bei einer Interfaith Konferenz hat Bishop Swing gesagt, wir stehen auf der, naja, on the threshold, auf der Schreppe, Streppe, Schwerbe, 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 whatever, ja. Einer neuen Weltordnung, kein Konflikt und wir brauchen diese Zusammenkunft. Robert Miller spricht beim Parlament der Weltreligionen und er sagt, macht euch keinen Kummer, wenn die verschiedenen Religionen nicht der UNO oder der UR beitreten wollen. Es war auch so mit der UNO, hört gut zu. Macht euch keinen Kummer, wenn die verschiedenen Religionen nicht der United Religions beitreten wollen. Es war auch so mit der UNO am Anfang. Aber später haben sie es regretted. Sie haben es bedauert. Sie haben es bedauert und haben alles in die Wege gesetzt, um der UNO beizutreten. Es war das gleiche mit der europäischen Gemeinschaft und es wird das gleiche sein mit den Weltreligionen. Denn wer auch immer draußen bleibt, whoever remains aloof, sooner or later, irgendwann, wird er es bereuen. Habt ihr das alle mitbekommen? Wenn wir nicht mitmachen mit dieser UR, werden wir es bereuen. Schließt das unsere Gemeinschaft mit ein, die Siebentagsadventisten, ja oder nein? Also wie wichtig ist es für diese Weltreligion, die hier geschaffen werden muss, dass wir dabei sein, dass wir dabei sind. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Wir müssen dabei sein. Und darum ist es für mich interessant, dass der Untersekretär der UNO, Joseph Reed, da ist er, eine Ansprache gehalten hat, bei wem? Bei uns, bei der großen Generalkonferenz in Kanada. Und ich habe nichts dagegen, dass er da eine Ansprache gehalten hat. Das ist ja auch sein volles Recht als UNO-Untersekretär. Es sollte eigentlich Kofi Annan selbst gewesen sein, der da die Ansprache hielt, aber er konnte nicht. Also er hat nur gelesen, was Kofi Annan geschrieben hat. Er hat also anstelle Kofi Annans die Ansprache gehalten. Und was hat er gesagt? Ja, lass ihn selber reden. Hört ihr mal zu. Ich mache diesen Appeal, weil die UNO ist auch eure Organisation. Es ist eure Organisation. Unsere Weltorganisation. Unsere Weltorganisation. Ihr UNO. Delegates, please remember, the United Nations is the only machinery we have for collective cooperation among all nations. It is the only worldwide institution for furthering development. The United Nations is the only universal mechanism for protecting human rights. The United Nations is the only shared framework for strengthening international law. Delegates, the United Nations is not one of the luxuries of international life. The work of the United Nations is of vital importance for the betterment of life on our planet. Okay. Ihr habt das mitbekommen? Es gibt nur einen Weg. Und das ist die UNO. Und die UNO ist nicht nur ihre Organisation, es ist eure Organisation. Es gibt keinen anderen Weg. Und es ist kein Luxus. Entweder oder. Hat er gesagt. Naja, das ist ja interessant. Also kann man verstehen, dass wir auch unter Druck sind, um mitzumachen mit United Religions. Aber wir wissen ja, welcher Geist da herrscht. Das ist ein Geist der Inklusivität. Und meine Bibel sagt, kommt aus ihr raus, mein Volk, und sondert euch ab. Habt nichts mit ihnen zu tun. Das ist das System, das vernichtet wird durch Jesus Christus. Wenn er wiederkommt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wow. Und haben wir ein Problem. Discernment Newsletter. Die Mainline Denominations, das sind die großen Kirchen, müssen auch mit den heidnischen Religionen zusammenarbeiten. Wir müssen Meditationen haben, Visualisierung. Wisst ihr, dass das den Kindern schon in der Schule beigebracht wird, damit sie das schön lernen? Naja. Und wisst ihr auch, dass die verschiedenen Religionslehrer dürfen nicht mehr gehören zu ihren verschiedenen, dürfen nicht mehr Prediger sein in ihren verschiedenen Religionen. Also ein Baptist darf keinen Unterricht haben von einem Baptist, muss ein allgemein Lehrer sein. Denn die Prinzipien werden vorgeschrieben, von was da gelehrt wird im Allgemeinen. Und die Religionsleaders, Führer, sowie der Papst und der Dalai Lama, sind auf der gleichen Ebene, steht hier, in ihrem offiziellen Newsbrief geschrieben. Und das Ziel dieser einen Weltreligion, schreibt diese Organisation, ist eine universelle Plattform. Alle Menschen sind göttlich und Evolution ist verantwortlich für das Wachstum der Menschheit. Das sind alles Ziele, mit denen wir nichts zu tun haben können. Das sind alles Zitate von ihnen, kann jeder nachschlagen, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Die Bibel lehrt, da ist kein Ding wie Reinkarnation. Und die lehren, da ist so etwas. Hier ist noch ein Flyer von World Goodwill. Er sagt, neue Values brauchen wir, neue Standarde, neue Attitudes, wie man sich verhält, und eine Reorganisation. Alessai Bailey sagt, wir sind entweder dabei, wir sind entweder modern oder wir sind nicht. Eins von beiden. Und die Kirche heute ist das Grab Christi und der Stein davor ist die Theologie und es ist vor die Tür gerollt. Weg mit Jesus Christus. Wow. World Goodwill Newsletter gibt hier auch ein Zitat. Wir stehen zusammen auf einer neuen Brüderschaft. Naja, es sind viele Zitate hier. Eine neue Kirche Gottes muss gegründet werden. Und Müller schreibt, wir hoffen auch, dass der Papst vor dem Jahr 2000 bei der UNO sprechen wird, was er dann natürlich auch mit Stellvertretern getan hat. Und die Weltshauptreligionen müssen dramatisch ihre Ekumene verschnellen. Denn wir sind auf dem Weg zu dieser Planetary Age, dieses neue Zeitalter. Und dann findet das natürlich auch statt, so wie er es gesagt hatte. Im August 2000 kamen all die Religionen der Welt zusammen. Alle Religionen kamen zusammen bei der UNO. Und was haben sie da entschlossen? Sie haben eine ekumenische Initiative geformt. Wurde unterstützt durch Ted Turner. Das war der frühere Besitztümer von CNN. Er ist ein Okkultist. Der hat nicht viel am Hub mit dem Christentum. Und da haben sie entschlossen, dass der Papst der Oberführer der religiösen Welt sein muss. Und dass alle, die sich für Exklusivität entschieden, müssen dargestellt werden als gefährliche Extremisten voller Hass. Wow. Na ja, ich sah eines der Köpfe als wahres Verwundet zu Tode, aber die Wunde wurde heil und die ganze Welt verwunderte sich wegen dem Tier. Ich glaube, wir sind da. Sie sind so frech, sie haben sogar ihr Logo, die Hure Babylons, hier auf dem Spiegel angebracht. Joshua 24, Vers 15 Und wenn es euch bös erscheint, dem Herrn zu dienen, na ja, dann wählet ihr heute, wen ihr dienen wollt. Aber ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Hoffentlich haben wir durch diese Zitate gesehen, wohin die UNO führt. Es kommt zu einer Weltregierung, einer Weltreligion und alles muss durch die UNO gesteuert werden. Kinder müssen neu gelehrt werden, der Individualismus muss weg. Der Staat muss als Gottheit dargestellt werden mit einem göttlichen Führer. Hier auf Erden der Stellvertreter Christi ist und wir alle werden Marionetten. Ist es nicht ironisch, dass Satan Christus beschuldigt, dass er Marionetten hat? Wenn ihr euch diesen modernen Filme, die jetzt rauskommen, The Matrix und alle diese Dinge, das sind Filme über einen Erlöser Christus, der nicht Jesus Christus ist. Denn der Mensch ist eigentlich nur ein programmiertes Wesen. Jesus Christus hat uns frei gemacht. Jesus Christus hat uns einen freien Willen geschenkt. Jesus Christus war bereit zu sterben für diesen freien Willen. Wenn er mich eine Marionette gemacht hätte oder irgendeinen eine Marionette gemacht hätte, dann hätte er uns ja so gemacht, dass wir nicht sündigen können. Dass wir sündigen können, ist der Beweis, dass er uns keine Marionetten gemacht hat. Ich diene lieber meinem Herrn, der mir meine Individualität als Geschenk gegeben hat, solange ich diese Individualität nicht missbrauche, um anderen das Leben zur Hölle zu machen. Ich glaube an Jesus Christus und ich vertraue ihm und ich lade euch ein, ihn auch zu vertrauen. Und diesem System müssen wir widerstehen. Ob einige von uns mitmachen oder nicht, ist egal. Aber wir machen einen Entschluss. Soweit und nicht weiter. Amen. Soweit und nicht weiter. Amen. Soweit und nicht weiter. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020